Hey, herzlich willkommen bei Bontobpflege und ich darf dir sagen, du bist einzigartig. Du bist ein echter Typ und du bist vollkommen okay, so wie du bist. Und ich bin so froh, dass ich Ulf Töter heute und in der nächsten Folge zu Gast habe. Ulf Töter ist ein absoluter Menschenkenner und er ist ein Enneagram-Experte. Enneagram-Was? Wenn du nicht weißt, was das Enneagram ist, dann ist es auf jeden Fall total spannend, wenn du dich heute vielleicht selber erkennst. Ulf Töter arbeitet viel mit Menschen, die in der stationären und ambulanten Pflege arbeiten und er wird dir heute fünf so Persönlichkeitstypen erklären, auch anhand von ihm selber. Und es ist so witzig, wie er so diese Typen schildert. Und ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, wie man selber tickt und auch wie vielleicht dein Kollege oder deine Kollegin tippt. Von daher, ich bin schon super gespannt, bei welchem Typen du dich vielleicht wiederfindest. Und ob du dich auch, wenn er das so lebhaft beschreibt, ob du deine Kollegen erkennst. Ah, die ticken ja, ah, das ist meine Kollegin, das ist sie, genau. Und du wirst viel erfahren, was dich motiviert und aber auch, was dich stresst. Von daher, ich wünsche dir wirklich eine gute Unterhaltung mit Ulf Töter. Jawohl, und da sind wir auch schon, Herr Töter. Herzlich willkommen bei Born to Pflege. Ja, hallo. Jawohl, meine erste Frage an Sie. Pflegekräfte benötigen ja in erster Linie Empathie für ihre Anbefohlenen, für die Bewohner, sage ich jetzt mal. Hm, aus Ihrer Sicht her, warum ist es denn mindestens genauso wichtig, ein Gespür für sich selber zu haben? So eine gewisse Kenntnis, wie man selber so tickt? Das ist eine Voraussetzung. Also gute Menschenkenner, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie erst einmal sich selber gut kennen. Das ist nicht besonders relevant, wenn es um die Stärken geht, die natürlichen Stärken, die jeder von uns hat. Aber wenn es um die Schwachpunkte geht, dann ist eine gute Selbstreflexion eine ganz fundamentale Voraussetzung dafür, dass wir anderen eben nicht auf den Nerven rumtrampeln, sondern schonend mit ihnen umgehen. Und wenn wir selber das Wissen, dass wir in manchen Situationen Dinge produzieren, wenn man bei uns halt bestimmte wunde Punkte berührt oder rote Knöpfe drückt, dann können wir vielleicht noch gegensteuern. Wenn wir das gar nicht wissen, dass wir da so einen Punkt haben, wo wir auch Fehlreaktionen produzieren, dann sagen wir, ja Gott, sind die anderen blöd. Die sind total doof. Mit mir ist alles in Ordnung. Und das ist natürlich für Menschen, die jetzt professionell sich um Menschen kümmern, die bedürftig sind, ist natürlich auch ganz wichtig, zwischen den Zeilen lesen zu können. Denn das sind Menschen, die nicht immer wirklich tatsächlich artikulieren können, was sie brauchen, was sie wollen, was sie meinen. Und da ist natürlich eine gesunde Menschenkenntnis wirklich absolutes Kerngeschäft für Pflegende. Weil sie müssen immer, sie können einfach Patienten oder Bewohnerinnen nicht beim Wort nehmen, sondern sie müssen zwischen den Zeilen nehmen, was meint da jemand eigentlich. Und da ist natürlich eine gute Selbstreflexion wichtig, dass ich weiß, okay, ich mache auf der einen Seite aus meinen Stärken was Gutes, das, was bei mir natürlich so angelegt ist und was ich ganz oft mache und auch gerne mache, dass ich das in der richtigen Dosis tue und uns nicht übertreibe damit. Das ist eine Form von Selbstkontrolle, die bei den meisten Menschen erstmal so gar nicht angelegt ist, sondern die wir erst im Laufe unseres Lebens lernen, dass wir uns auch zügeln können und so eine Überreaktion verschiedenster Art eben auch vermeiden können, weil sie unter Umständen unser Gegenüber dann auch in einer Art berühren können, die für ihn oder sie sehr unangenehm ist. Also nicht nur die anderen sind blöd, sondern ich bin auch manchmal blöd. Es ist keine schlechte Voraussetzung, wenn man davon ausgeht, dass man manchmal die Ursache des Problems selber ist. Okay, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, wo Sie viele verschiedene Persönlichkeitstypen durchgehen, so ein bisschen wie die Persönlichkeitstypen ticken und wie sie auch unter Stress reagieren oder vielleicht auch destruktiv reagieren können. Und mein Anliegen ist es heute mit Ihnen mal so diese verschiedenen Persönlichkeitstypen durchzugehen und ja, ich bin gespannt, ob unsere Zuhörer und Zuhörer sich da bei dem einen oder anderen Typen ein bisschen erkennen. Sie beginnen in Ihrem Buch bei dem Mr., Mrs. 100%. Was zeichnet den denn aus und wie reagiert der so im Stress? Also dieser Menschentyp, also wenn wir Menschentyp sagen, dann beleuchten wir die Facette der Persönlichkeit, wenn wir auf im Gewohnheitsmodus sind und auf Autopilot geschaltet sind. Also nicht in dem Modus, was wir gelernt haben im Laufe des Lebens, sondern wo unsere innersten Reflexe, unsere Grundprogrammierung können wir sagen ist. Und dieser Menschentyp, wir können ihn auch nennen, die gewissenhaften Perfektionistinnen. Ja, das sind Menschen, ich liebe an ihnen. Sie sind, dass sie so strukturiert sind, dass sie auch wissen, welchen Sinn Ordnung hat, dass sie auch unglaublich diszipliniert arbeiten können. Also ich bin nicht so diszipliniert. Ich hatte den großen Segen in meiner frühen Funktion, als ich angestellt gearbeitet habe als Manager im Umweltbereich, dass ich einen Büroleiter hatte, der so gestrickt ist. Und ich wusste immer, ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Er hat immer dafür gesorgt, Übersicht zu haben. Er hatte einen klaren Plan, was zu tun ist. Es sind Menschen, die machen Listen und dann arbeiten sie Listen in einer sinnvollen Reigenfolge ab und sind ganz glücklich, wenn die Sachen geschafft sind. Also Vollkommenheit. Wir können sagen, der innere Antreiber von Menschen, die so gestrickt sind, ist, ich möchte meinen Beitrag leisten zu einer vollkommenen Welt. Das wäre mein Idealbild. Wenn alles seinen Platz hat, wenn alles so ist, wie es sein sollte. Und Menschen, die so gestrickt sind, haben dann im Umkehrschluss natürlich ganz feine Sensoren für Fehler und Mängel. Das sind immer die Ersten, die bemerken, wenn etwas eben nicht so ist, wie es sein soll. Und dann, die senden schon nonverbal klare Signale, dass sie es finden, das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Sie sehen das ja, wie meine Augenbrauen hinter der Brille hochfahren. Und dann kommt dieser Blick und manchmal gehen dann auch diese Kerben dann so zusammen. Also nonverbal wird schon kommentiert, ich finde das jetzt nicht richtig, wie das gemacht wurde. Und dieser Autopilot, können wir ihn nennen, der steht im Dienste so Kampf gegen das Chaos. Chaos ist No-Go. Chaos geht gar nicht. Ich tue meinen Beitrag und wir sollten alle unseren Beitrag leisten, dass kein Chaos regiert. Und deswegen sind sie Menschen, die hohe Ansprüche haben, die auch klare und feste Prinzipien haben. Und sie sind die Anwälte auch von Regeln und Normen. Also dass es in einem Team Regeln braucht, damit unser Zusammenwirken funktioniert. Diese Fahne halten die hoch, ja. Und die halten sich auch an die Regeln und wundern sich, dass manche Menschen da so in Regeleinhaltung so ein bisschen so sind. Flexibel sind. Dann kriegen die richtig Stress. Also es war für mich ein großer Segen, einfach zu wissen, ich muss mich, wenn mein Büroleiter mir das Wort gegeben hat, ich erledige das. Ich konnte mich immer drauf verlassen. Was Menschen mit diesem Muster nicht gegeben ist, sie sind in Sachen Ökonomie nicht unbedingt die Besten, weil sie auch für eine kleine Verbesserung einen großen Aufwand betreiben. Also so dieser Punkt der Grenznutzenkurve, wo jetzt jede weitere Investition weniger Ertrag bringt, das haben die Netze auf dem Schirm. Die strengen sich auch dann noch sehr an, um die 100 Prozent zu erreichen, die in manchen Situationen ja klug sind. Ja, wenn wir, wenn ein Prozent Fehler dazu führen könnte, dass das Ding durchfällt, ja, dass das Projekt sozusagen scheitert, dann ist das eine gute Eigenschaft, die 100 Prozent. Wenn aber 80 Prozent im Alltag locker reichen würden, um das Ding gut zu navigieren, das Schiff, dann ist 100 Prozent keine gute Leitlinie. Und da ist so in der inneren Navigation eine Störung im Programm. Und das müssen Menschen mit diesem Muster erst lernen. Zum Beispiel fehlertoleranter zu werden. Okay. Wo sehen Sie das größte Entwicklungspotenzial bei Menschen, die so ticken? Also Humor ist gut. Also über sich selber lachen können, wenn man wieder etwas zu zwanghaft wird, ist super. Es entspannt auch alle drumherum. Dann das Thema Gelassenheit. Also auch sich selber zu erlauben, es sich gut gehen zu lassen, auch wenn ich noch nicht alles erledigt habe. Also dann halt über den Berg der unerledigten Arbeit drüber zu steigen und sagen, ich gehe jetzt in die Sauna. Ich lasse es mit wirklich guten Gewissens auch. Das sind natürlich noch schwierige Übungen, als drüber zu steigen ist, das guten Gewissens zu tun. Weil die sind mit ihrem schlechten Gewissen verheiratet. Auch selbst wenn sie einen Ehepartner haben, aber das schlechte Gewissen gehört eben auch zu ihnen. Wenn sie die Ansprüche nicht erfüllen, die sie sich selber gesetzt haben, dann ist es nicht so toll. Und dass sie auch merken müssen, wie sehr sie unter Druck stehen. Also die haben selber gar nicht das Gefühl, dass sie so angespannt sind. Aber andere merken das sehr deutlich, dass diese Perfektionisten unter Strom stehen. Das Bild ist so der Dampfkochtopf und die denken, ich habe alles unter Kontrolle, ich bin ganz locker. Aber das Gegenüber sagt, hey, du stehst doch unter Druck. Lass den Druck doch mal rechts raus und guck, in einen entspannten Modus zu kommen. Diesen Tai-Chi-Modus. Es ist gar nicht einfach für Menschen, die so gestrickt sind. Also Entspannung, auch genießen können, locker lassen. Ich glaube, ich habe so einen Typ als Ehefrau daheim sitzen. Und ich bin gerade das Gegenteil. Hat sich der Podcast ja schon gelohnt. Okay, also gut. Das wäre so der erste Typ. Der zweite Typ, den beschreiben Sie als, empfindet sich so als unentbehrlich. Was macht denn diesen Typen aus und was motiviert ihn oder beziehungsweise stresst ihn auch? Ja, das ist, also wir können sie auch nennen, die wohlmeinenden Helfer. Das sind Menschen, die sind von ihrer Wahrnehmung ganz stark bei den anderen. Und die haben einen eingebauten Bedürfnis- und Nötescanner. Also wohlmeinende Helfer spüren immer genau, wenn jemand bedürftig ist, dass es jemandem nicht gut geht. Und zwar wirklich atmosphärisch, nicht? Also auch nonverbal können sie das lesen. Wenn da Signale sind, da geht es jemand nicht so gut drauf. Das sind Kümmerer. Menschen mit diesem Muster kümmern sich um andere. Und das ist der innere Antreiber, ist tatsächlich, du musst anderen helfen. Du bist für die Bedürftigen dieser Welt da. Und dann geht es relativ schnell in eine Aktion, weil es ist ganz schnell ein Bild da, auch was dem anderen helfen könnte. Also bei so Helferinnen und Helfern, da wird ganz schnell der Rezeptblock dann gezückt. Und dann wird ein Rezept ausgestellt und die Erwartung ist, dass der Tobias Groß, wenn er jetzt bedürftig ist, mit diesem Rezept in die Apotheke geht, sich das Medikament kauft und das nochmal in der Rezeptur einnimmt. Also ich rede da jetzt ein Stück weit auch über mich selber. Also es ist mein Autopilot. Und unter meinen Kinderfotos stand schon drunter, Ulf hilft gern. Das ist total witzig, schon bei Kindern mit diesem Helfermuster. Die geben selbst den Großen, den Erwachsenen schon kluge Ratschläge. Die haben so etwas Altkluges. Das wird häufig schon ganz früh sichtbar, dass da so eine ganz starke Neigung ist, wirklich sich, ich hole mir Anerkennung über das, was ich Gutes für andere tue. Das ist das Muster hier. Anerkennung ist nicht selbstverständlich, sondern du musst dir Liebe und Anerkennung verdienen, ist so die unbewusste Programmierung. Und sie tun das, indem sie andere Bedürfnisse erfüllen, Wünsche erfüllen. Menschen, die so gestrickt sind wie ich, wir sind Meister darin, anderen auch Wünsche von den Lippen abzulesen. Und das ist natürlich, jetzt gehen wir in den Beruf, also Helferinnen und Helfer, die tatsächlich diese Bedürfnisse, also das auch richtig lesen können, die haben Informationsvorsprung vor anderen. Weil sie wissen, was die Bewohnerin, was der Bewohner braucht, der vielleicht sich gar nicht mehr so artikulieren kann, weil sie es spüren. Auf der anderen Seite haben Menschen, die so gestrickt sind wie ich, kaum ein Gespür für sich selber. Also die eigene Bedürftigkeit ist der blinde Fleck. Und deswegen ist eine Neigung dazu, in diesem vielen, vielen Engagieren für andere, in dem viel Sinnvolles auch geleistet wird. Ich glaube, viele soziale Organisationen wären ohne Menschen dieses Typs überhaupt nicht arbeitsfähig, weil wir gucken nicht auf Geld primär, sondern wir gucken auf Beziehung. Wenn die Beziehung stimmt, dann engagieren wir uns ohne Wenn und Aber und das auch auf ohne Limit. Also wenn sie jetzt im Job Vorgesetzter sind und haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die so gestrickt sind, sie müssen ein Auge drauf haben, dass sie sich nicht über Gebühr auspowern. Weil das sind die, die immer als Erste dann auch einspringen, wenn Not am Mann ist. Die haben am Ende des Monats tatsächlich auf dem Überstundenkonto meistens mehr stehen als andere. Solange sie sich gut behandelt fühlen, solange das Beziehungsthema in Ordnung ist. Und da ist natürlich vor allem der Chef, die Chefin im Blick, da von oben her gut behandelt werden, aber auch vom Team natürlich. Und wenn das Team hier wirklich gute Feedback gibt, dann sind Helferinnen und Helfer in Höchstform. Wenn es Beziehungsstörungen gibt und man das Gefühl hat, da mag mich jemand nicht oder die mögen mich nicht, dann sind Menschen, die so gestrickt sind wie ich natürlich in totaler Not und im Stress. Naja, und jetzt denke ich gerade an die Altenhilfe. Und ja, wahrscheinlich sind viele von diesen Typen in der Pflege und auch in helfenden Berufen. Und ja, ich kann das gut nachvollziehen. Die machen, 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 machen und am Ende haben sie sich selber verloren und landen dann im Burnout. Das ist eine überdurchschnittliche Gefährdung in Richtung Burnout kann jeder kriegen. Aber hier ist es in diesem Autopiloten schon mit angelegt, dass da einfach eine Gefährdung ist. Und da ist es gut, wenn das Team oder auch die Vorgesetzten da einen Blick drauf haben. Es ist aber sehr schwer, einem Helfer zu helfen. Er will ja immer anderen helfen. Die Logik ist, ihr seid die Bedürftigen. Mit mir ist alles in Ordnung. Ihr seid diejenigen, die meine Hilfe brauchen. Und das ist natürlich eine Form von Selbstüberschätzung auch und Stolz. Dann auch auf die Rolle, die ich spiele in dem sozialen Gefüge. Und wir müssen tatsächlich daran arbeiten, uns entbehrlich zu machen und mehr auf uns selber zu gucken. Und dann sind wir, dann hat das Helfen eine andere Qualität. Dieses Leiste-Hilfe nur zur Selbsthilfe, das ist etwas, was Helferinnen und Helfer lernen müssen. Da nicht zu viel zu tun. Und auch vielleicht nachzufragen, ob der andere überhaupt möchte, dass ihm geholfen wird. Denn das ist ein Risiko, dass man, man meint es ja nur gut und ist schon aktiv geworden und hat vielleicht nicht das richtige Timing gehabt oder nicht die richtige Dosis auch in dieser helfenden Aktion drin. Und damit verletzen Helferinnen und Helfer manchmal auch Autonomie-Grenzen von anderen. Und wenn die Kollegin, die das gesehen hat, dass wir da gerade zu viel getan haben bei der Bewohnerin, uns auf die Finger haut, dann sind wir tödlich beleidigt. Die beleidigte Leberwurst gehört ein Stück weit auch zu den Reaktionsmechanismen bei diesem Muster. Also das heißt, Ihr Rat wäre ein Gespür für sich selber entwickeln, plus dem, dem ich meine Hilfe anbiete, braucht der die jetzt überhaupt? Genau. Und dann sind wir echte Stars auch in dem Tun, weil wir sind unglaublich vielseitig. Wir sind, wie gesagt, sehr empathische. Ein Typ, der sehr empathisch ist, mitfühlend ist, der auch die Gabe hat, in der Not tatsächlich so nah zu sein. Wir müssen halt die richtige Dosis finden. Dann sind Helferinnen und Helfer tatsächlich auch in helfenden Berufen echte Star-Besetzungen. Wenn wir aber blind agieren im Muster und da zu viel tun und gar nicht merken, dass wir das zurückerwarten für unser Engagement. Denn Helfer wollen gemocht werden. Und wenn das nicht kommt. Und anerkannt oder wertgeschätzt. Anerkennung, Wertschätzung. Wir brauchen ein bisschen mehr Lob als andere. Bei anderen reicht das einmal im Jahr. Bei Menschen, die so gestrickt sind wie ich, würde ich sagen, ein bisschen zu wenig. Du streng dich ein bisschen mehr an. Und genau das hört man ja immer von Pflegekräften. Der Ruf nach Anerkennung und Wertschätzung. Aber ich finde es cool, dass Sie es von sich heraus erzählen. Ich bin ja auch so. So, den finde ich gerade spannend. Ja, das war zwar durchaus ein Erschrecken, als ich das vor 30 Jahren erkannt habe, mein Grundmus. Da habe ich gedacht, oh Gott, woher kennen die mich? Nein, nicht ich. Ich habe gedacht, das sieht keiner. Dass das so ausgeprägt und auch so sichtbar ist, das war in jungen Jahren wirklich einfach zu sehen. Und ich bin ganz froh heute, dass es nicht mehr so offensichtlich ist. Und ich mache heute einen Job, wo ich Geld dafür kriege, dass ich berate. Und Tipps und Ratschläge geben ist etwas, was zu diesem Muster halt schon als Grundantrieb drin liegt. Wenn das mein Antreiber ist, du musst anderen helfen. Das ist natürlich praktische Unterstützung und Tipps und Ratschläge auf der verbalen Ebene. Das ist etwas, was unglaublich ausgeprägt ist. Und in solchen Jobs können wir natürlich auch glänzen. Weil wir da einen Vorsprung auch vor anderen darin haben, wie gut Beratung geht, wie es geht, wirklich Hilfestellung als praktische Art zu machen. Und darin, in dieser Vielseitigkeit, also hohe Generalistenveranlagung, die auch da angelegt ist, das ist natürlich auch ein großes Talent. Okay, vielen Dank zu diesem Typen. Die Nummer drei, der Top Performer. Beschreiben Sie den doch mal. Ja, dem geht es auch um Anerkennung. Der hat nur eine andere Logik, wie er sich das holt. Sondern hier geht es um einfach so Leistung und Erfolg. Also nicht helfen, sondern Leistung und Erfolg. Nein, hier geht es um Leistung und Erfolg. Und Menschen, die so gestrickt sind, haben feine Antennen dafür. Für welche Leistung gibt es tatsächlich auch Belohnung? Die können das System, in dem sie navigieren, lesen. Und wenn sie da sich bewegen wollen oder müssen, dann sozusagen zu gucken, was musst du hier tun? Was musst du vorweisen können, um am Ende hier dazustehen als jemand der? Also Menschen, die sehr zielorientiert sind, die feine Antennen haben. Wie kommt man hier voran? Was wird hier belohnt in dem System? Und dann marschieren die relativ schnell. Das sind Menschen, die einen feinen Filter haben dafür, für lohnende Projekte. Lohnende Projekte und Ideen. Und dann geben sie Vollgas. Das sind Menschen, die dann wirklich Bleifuß-Syndrom kriegen und sagen, dann auf schnellstem Weg hin zum Ziel. Und das mit einem hohen Einsatz, mit viel Ehrgeiz, mit einem Wettbewerbsbewusstsein. Menschen mit diesem Muster, die gucken auch drauf, dass niemand sie überholt auf dem Weg. Wenn sie sagen, ich will der Erste an diesem Ziel sein, dass sie tatsächlich das auch erreichen. Und sind da auch, haben eine unglaublich schnelle Auffassungsgabe. Das bewundere ich immer, wie gut dieser Filter für lohnende Projekte. Und dann dieses unglaubliche Tempo, das Notwendige zu tun, um tatsächlich dann ans Ziel zu kommen. Und manchmal verrät das Muster sich dann auch drauf, was passiert dann in dem Moment, wenn sie tatsächlich da ankommt. Dann kommt so ein Schakka. War das nicht super? Also daran merkt man schon, manche Menschen genügen sich ja selber, wenn sie etwas geleistet haben. Und können sich so still in sich reinfreuen und sind mit sich selber zufrieden. Und hier merkt man eben, nee, es ist dann auch etwas, das braucht ein Publikum, das dann sagt, super. Hast du geil gemacht. Ja, hast du geil gemacht. Und natürlich haben Menschen mit diesem Muster dann schon, dann ist es nicht egal, wer das sagt. Sondern da guckt jemand natürlich schon auf die Autoritäten auch, dass die das gut finden, was ich gemacht habe. Also ich finde das immer wieder klasse, wie die in jungen Jahren häufig schon wirklich dann gucken, so wie, wie, die sitzen dann in den Leitungskursen häufig schon ein bisschen jünger als die anderen. Also, weil, wie kann man hier Karriere machen, ist für dieses, ist das musterhaft hier schon mit angelegt. Wo geht es hier nach oben? Und was wird belohnt und das, was belohnt wird, dann gucke ich, habe ich da Bock drauf oder habe ich da keinen Bock drauf? Wenn die Bock drauf haben, dann marschieren die, buff. Und dann sitzen die mit 25 schon im Stationsleitungskurs, ja. Ja, und gucken auch drauf, naja, in vier Jahren dann PDL und dann in sechs Jahren dann den HL-Kurs, ne. Wobei die Pflege natürlich als insgesamt schlecht bezahltes, sag ich mal, System. Für diese Leute nicht so. Nicht unbedingt das prickelnde Amiente ist jetzt für jemanden, der so gestrickt ist. Also die sind durchaus in der Pflege auch unterrepräsentiert. Aber ich finde das faszinierend. Vor zwei Jahren mal einen Kurs gab, das waren Studierende der Pflegewissenschaften. Da war dieses Muster dann, so mit Ausblick auf akademische Weihen, dann plötzlich deutlich häufiger vertreten als in den Berufen, die jetzt auf dem gelernten Beruf, also Fachkräfteniveau, da ist er eher unterrepräsentiert. Die gucken schon drauf auch, also Image ist wichtig, auch das hier ist wichtig. Also wird tatsächlich Leistung in diesem System auch belohnt, da ist dieses Charaktermuster empfindlich. Und also was ich an ihn unglaublich bewundere, ist diese Fähigkeit auch präsentieren zu können, repräsentieren zu können, zu wissen, sag ich mal, Informationsmänner, wer ist wichtig, wen muss man gewinnen, wenn wir hier das erreichen wollen. Am Standort wollen wir ein neues Haus bauen und das ist jemand, der das ganze politische Parkett relativ des Näschen da auch wirklich im Wind hat und das riecht. Wen brauche ich und wen muss ich auch wie, wen kann ich wie gewinnen dafür, dass er mitzieht, wenn das ein wichtiger Player ist im gesamten Prozess nachher. Also das ist ein Stück weit so ein politisches Denken, das ist auch jemand, der taktischen Talent hat, der aber nicht unbedingt jetzt der langfristig Denkende ist, sondern der immer wieder sondiert. Hilft mir das oder hilft mir es nicht? Genau, und dann kann es sein, wenn ich merke, der Wind wird am Morgen eisig von Osten, er war gestern noch mild von Osten, dann ändert er seine Vorgehensweise. Das ist einer, der dann da auch sehr beweglich drin ist. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt hat sich so ein Typ in einem Pflegeteam verirrt oder befindet sich wieder. Worauf darf er denn achten, um nicht den helfenden Persönlichkeitstypen, dem nicht ständig zu stressen oder mit seiner Art zu überfordern? Ja, die sind halt, was die stresst, ist, wenn sie gebremst werden. Also sie brauchen jemanden, der ihre Bereitschaft, ihre Motivation, ihre Einsatzbereitschaft tatsächlich fördert, der aber sie davor bewahrt, Schnellschüsse zu machen. Denn das ist ein Autopilot, der zu Schnellschüssen neigt und der auch dazu neigt, Kompetenzen mal so in der Energie des Tuns, sich nicht an die Kompetenzregelungen zu halten, die bei uns eingeloggt sind, sondern sozusagen in der Fixierung auf ein Ziel dann auch Dinge macht, wozu gar keine, also wozu sie gar nicht legitimiert sind. Und da brauchen sie natürlich jemanden, der sie dann einbremst. Und Kritik ist für jemanden, der so imagebewusst ist, gar nicht so einfach zu nehmen. Also wenn man, ich empfehle so immer Führungskräften, die solche Mitarbeiter haben, sie müssen Kritik so zu verkaufen, dass sie das sagen, ich will dir damit nicht schaden, sondern dir damit eine Chance bieten, dass morgen deine Performance noch besser wird. Dann sagen die, tell me, erzähl mir. Weil sonst ist Kritik natürlich immer, wird aus Bremsen, wird auch, und es ist ein Autopilot, der Versagensängste tatsächlich hat. Das Feedback, die Performance war Mist, das fürchtet der wie der Teufel, das war was. Das war eine Pleite, was du gestern hingelegt hast, ist für keinen so schlimm, wie für diese dynamischen Erfolgsmenschen, wie man diese Mr. und Mrs. Top-Performance auch nennen kann. Schauen wir uns als nächstes mal den leidenschaftlichen Individualisten an. Was zeichnet den im Besonderen aus? Naja, das Grundgefühl ist, ich bin anders als die anderen. Und der heimliche Zusatz ist, ich bin auch was Besonderes. Das heißt, der innere Antreiber ist ganz stark ausgerichtet auf, dieses Besondersein erst mal zu finden und dann zu zeigen. Das heißt, die sind vom Menschentyp her, also Individualisten nebeneinander gesetzt, unterscheiden sich ganz deutlich voneinander, weil ihnen eben Individualität so wichtig ist. Und ihnen geht es gut überall dort, wo Individualität sich entfalten darf. Also wo Besonders sein, Anders sein, nicht von der Stange sein, nicht 0815 sein, wo das gewollt ist, da sind die natürlich richtig gut. Weil es ist, die möchten sich ausdrücken, vor allem auch in der Emotionalität. Das ist ein sehr emotionaler Autopilot. Und man kann sie auch ein Stück weit beschreiben, so mit diesem Ausspruch des Volksmundes, himmelhoch jauchzen zu Tod und trüb. Dieses auch emotional Haarstuhl zu fahren. Und in einem Moment kann das große Euphorie sein und Begeisterung für etwas. Und zwei Minuten später kann man da abgestürzt sein in irgendein Kellergewölbe der inneren Gefühle. Und das hat eine gute Seite. Die gute Seite ist, wer selber, sag ich mal, die Grenzen der Emotionalität schon ausgelotet hat, der kann supergut andere Menschen begleiten, die gerade in einer existenziellen Krise oder nah an, also ob das Krankheit ist, ob das an der Schwelle zum Tod geht, ob das Umgang mit Themen wie Sucht und etc. pp. Da sind Menschen mit diesem Muster unglaublich professionelle Begleiter, weil sie schon so krisenerprobt sind in ihrer innerlichen, in ihrem Auf- und Abfahren. Häufig in jungen Jahren schon. Ich finde das bewundernswert. Aber was natürlich die Schattenseite ist, also jemand, der so diesen Fahrstuhl macht, dem fehlt es am Balance. Also so diese Balance zu haben, auch emotionale Balance zu haben, Stabilität zu haben, das ist ein großes Arbeitsthema für Menschen, die so gestrickt sind. Und da sind alles, was da hilft, in die Balance zu kommen, von Meditation, Yoga, würde hier unglaublich Gutes tun, weil es das Gegengewicht ist zu diesem in die Extreme gehen. Und die Leitlinie bei diesem Muster ist halt intensive Gefühle und intensive Erfahrung. Beides ist attraktiv. Je intensiver etwas ist, desto interessanter ist das für einen Individualisten. Und je mehr es nach Alltag und Standard und Schema F klingt, desto mehr denkt jemand, oh Gott, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also die kriegen von Worten wie normal oder Alltag, kriegen die ganz Körper ausschlag. Und das kann im Team natürlich polarisierende Wirkungen hervorbringen. Wenn da jemand dann die Diva, die Prinzessin auf der Erbse macht, weil gerade die Befindlichkeit nicht da ist, wo die anderen sind, dann kann das natürlich auch sozial schwierig werden. Ja, jetzt überlege ich mir halt, wir haben jetzt in einer Altenpflegeeinrichtung, auf einem Wohnbereich gibt es ja bestimmte Abläufe und es gibt Strukturen und es gibt Regeln. Was kann denn so ein Typ machen, um da trotzdem entspannt, sage ich jetzt mal, seine Arbeit zu tun, auch wenn viel geregelt ist? Kleine Spielwiese hilft hier. Wenn ich jetzt 80 Prozent des Alltages tatsächlich auf so einem normierten, strukturierten, das ist ja gar nicht schlecht, das ist ja ganz gut für dieses Muster auch, Struktur zu haben. Aber ich muss daran glauben, dass das sinnvoll ist. Und das ist eine ganz, da ist die Hürde hoch bei Individualisten. Die stellen oft die Sinnfrage. Aber wenn die Struktur sinnhaft ist, dann ist das etwas, was ihnen sehr gut tut. Aber um gut zu funktionieren, ist hilfreich, wenn der Vorgesetzte auch den Blick drauf hat oder das Team den Blick drauf hat, dass so jemand auch eine kleine Sonderaufgabe oder so einen kleinen Bereich, also zum Beispiel so ein Pflegepodcast, dann Born to Pflege zu managen, wäre für so jemanden durchaus interessant, weil das macht nicht jedes Haus. Das ist etwas, was da ist man vorne dran. Sie halten mir jetzt den Spiegel vor? Nee, nicht unbedingt. Da kommt noch ein Autopilot, der auch da ganz vorne geht. Also warten Sie noch ein bisschen. Aber ich habe da Anteile, glaube ich. Aber so dieses Charaktermuster hat da eben etwas, weil sie sind kreativ, sind originell. Und da etwas zu machen, was eben nicht dem Mainstream entspricht, sondern was außerhalb des Mainstreams oder vorne dran, vor der Bugwelle ist, ist schon auch ein Teil der inneren Motivation. Und apropos Pflege, ich bin da immer wieder fasziniert, dieses Muster finden wir besonders häufig dort, wo die richtig schweren Fälle sind. Also je schwieriger und je härter, sage ich mal, das Schicksal, umso interessanter ist das für die. Also wenn die im Krankenhaus sind, gehen die gerne in die Onkologie. Oder die machen dann in der Altenpflege dann Gerontopsychiatrie, super, gehe ich hin. Oder auch noch in der Forensik oder so. Also da, wo es Arbeitsbedingungen gibt, die jetzt schon auch schwierig sind. Also die so für den Normalbürger, sage ich mir, der dann sagt, oh Gott, das macht mir Angst oder so. Da sagen die, oh, klingt nicht uninteressant. Da, wo auch tatsächlich das Leben in seinen existenziellen Formen tobt. Da geht die gerne hin. Weil sie es erfahren müssen, oder? Das, was sie gesagt haben. Weil ihnen das Energie gibt. Dann kommen sie in die Interessen. Überall da, wo Intensität ist, ist die Energie, die sie dann lebendig, dann fühlen sie sich lebendig. Da, wo Durchschnitt und Standard und Schema F und wenn da Vorgesetzte kommt und das Handbuch hinknallt, dann drehen die schon ab und sagen, ey, fuck, ey, piss off. Ja, geh weg mit deinem Handbuch. Da könnt ihr gerne nacharbeiten. Aber ich mache das so, wie ich das. Ich pflege individuell. Und ich spüre, dass Frau Müller das anders bracht als Frau Meier. Und ich mache das dann eben auch anders. Ja, das ist schon witzig, weil ich war am Wochenende zum ersten Mal auf einem Klettersteig unterwegs. Ja, und das ist Spannung, Herausforderung, Spüren. Also ich, ja, okay. Ich habe Anteile von dem Typen. Gibt es noch, es gibt noch den Independent-Typen. Ja, das sind die stillen Beobachter. Ganz klar, das sind Kopfmenschen. Also da geht es mehr um Sicherheit. Also nicht um Anerkennung, sondern dass es so Sicherheit ist, so das, wo man was tun muss, um sich sicher zu fühlen. Und bei diesem Beobachter-Typ, der pflegt tatsächlich seine Unabhängigkeit sehr stark. Er ist sehr empfindlich für Nähe und Distanz. Das sind Menschen, die beobachten gern andere und machen sich ihre Gedanken, analysieren gerne, aber werden nicht gern selber beobachtet. Es ist eindeutig so, das Charaktermuster, was am stärksten tatsächlich so verstandesmäßig geprägt ist. Und so der innere Antreiber ist, du musst wissen und du musst objektiv bleiben. Und das können sie gut. Das sind Menschen, die sich ganz schwer manipulieren lassen, sondern die sind kluge Köpfe, die denken immer erst mal nach, bevor sie handeln. Die durchdenken auch Abläufe und Strukturen und haben ein starkes Bedürfnis, nicht mehr Energie auszugeben, als unbedingt nötig. Und zwar das sowohl, was ihre Zeit, was ihren Raum angeht, was auch Geld angeht und so agieren sie auch im Beruf. Das sind Menschen, denen können sie das Finanzressort für ihre Einrichtungen gerne anvertrauen, weil die geben Geld nur aus, wenn es tatsächlich einen vernünftigen Grund gibt, das zu tun. Und da wird erst einmal drüber nachgedacht. Sie beschaffen sich auch das relevante Wissen, das man braucht, um tatsächlich im Job einen guten Job zu machen. Sie sind vom Typ dann aber, anders als jetzt mein Muster, wir Helfer haben eher Generalistenveranlagung, aber diese stillen Beobachter, das ist eher ein Spezialistentyp. Wirken die auf die helfenden Helfer auch ein bisschen distanziert? Ja, für einen Helfer wirkt das wie eine emotionale Wüste. Die sind immer so rational und so bedacht und so. Ja, das wirkt so emotionsarm. Das ist für uns Helfern ein totales Rätsel, wie man so durch die Welt navigieren kann und es einem dabei gut geht. Und für stille Beobachter ist das tatsächlich wichtig, dass sie, ich sage, ich brauche meinen Raum, meine Zeit und ich zeige anderen auch ziemlich deutlich an, dass sie mir oft viel zu nahe kommen. Also es ist so ein Charaktermuster, was in Sachen Nähe und Distanz deutlich größeres Distanzbedürfnis hat als der Rest der Bevölkerung. Und das überhaupt nicht haben kann, das ist zum Beispiel im Team ganz wichtig, dass sie dabei helfen, bei diesen Beobachtern nicht anfangen, da rumzutatschen. Ich mache das vielleicht mit meiner Lieblingskollegin, aber ich habe nicht das Bedürfnis, hier mit jedem Schmusekurs zu fahren. Also die trennen auch berufen privat strenger als andere Muster und sind da ganz konsequent drin. Das geht euch auch nichts an, mit wem ich verheiratet bin und wo ich im Urlaub hinfahre. Das Bedürfnis, das mitzuteilen, ist gering ausgeprägt. Es sind in Sachen Kommunikation auch die sparsamsten. Wir sind die Erfinder der Drei-Wortsätze. Subjekt, Prädikat, Objekt. Und wenn Sie jetzt Menschen haben, die so viel erzählen und weit ausholen, das stresst beobachten, weil sie das Bedürfnis haben, so viel zu sagen, wie man unbedingt sagen möchte, um tatsächlich etwas Sinnvolles zu tun und kein Wort mehr. Wortkarg. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist die ganz natürliche Devise hier. Und dieses immer verhaftet der Logik. Es ist wirklich ein Charaktermuster, das funktioniert entsprechend der Gesetze der Logik. Und da, wo Logik gewollt ist, gefördert wird, da sind Sie gerne, da können Sie sich super entfalten. Es sind gute Strategen auch, also jemand, der sich Mühe gibt, tatsächlich nichts zu verschwenden, der kann natürlich auch diese innere Haltung auch einbringen zum Wohle der Firma. Zum wirtschaftlichen Wohl der Firma. Zum wirtschaftlichen Wohl der Firma, ja. Weil jemand hat da sehr im Blick, wo werden hier Ressourcen vergeudet, wo sind Prozesse und Strukturen, die einen Aufwand bedeuten, aber die kein Ergebnis bringen. Also es ist ein Muster, was durchaus mit Zahlen, Daten, Fakten sehr gut kann, mit Statistiken. Also für manche Mitarbeitenden ist ja das Thema Dokumentation ein Stressor im Alltag. Stille Beobachter können mit Dokumentation super. Die machen das auch ohne groß, also die sind da ganz routiniert drin und machen das ganz flott, zack, zack, zack. Und das ist etwas, was wiederum Ihnen auch Sicherheit gibt. Also dieses, ich habe den Überblick über die Zahlen, ich habe den Überblick über was tatsächlich passiert, etwas, was ein gutes Gefühl macht. Es ist gut. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe so einen Persönlichkeitstypen und der ist Einrichtungsleitung. Und jetzt hat das ja mit ganz arg vielen helfenden Helfern zu tun oder Individualisten vielleicht. Was darf er da lernen im Umgang? Was brauchen die? Also erstens sind die plötzlich in den Heimleiterkursen sehr viel prominenter als, also da ist dieses Muster dann durchaus normal oder sogar ein bisschen überdurchschnittlich vertreten, was an der Basis unten nicht unbedingt der Fall ist. Weil da oben geht es natürlich auch ganz stark drum, um Zahlen, Daten, Fakten, Management. Man muss dann unglaublich, also das spielt eine große Rolle im täglichen Alltag. und da sind sie eben auch gut drin. Was Mitarbeitende aber oft kritisieren ist, ist das Thema Empathie. Zu wenig Herz, zu wenig Einfühlsamkeit, zu wenig Verfügbarkeit. Also man muss lange auf einen Termin warten, kommuniziert auch zu wenig und kommuniziert in einer Art und Weise, die häufig eher kühl rüberkommt. Also dieses Plädikat, Objekt und dieses tonlose Gesprächen. Das sind Menschen, die dozieren von der Kommunikation eher so in so einer Art. Und das wirkt natürlich auf Menschen, die jetzt sehr emotional sind, schon fast abweist. Also mehr zugehen auf Menschen, mehr in die Mitte, aus der Mitte herauszuführen. Also wenn ich Führungskräfte mit diesem Muster begleite, so im Führungskräfte-Coaching, dann ist so eine Leitlinie immer, Übe aus der Mitte herauszuführen und widerstehe der Versuchung, aus dem hintersten Kämmerlein zu führen. Denn die haben ein starkes Bedürfnis, die Tür hinter sich zuzumachen und dann über die Distanzmethoden zu kommunizieren mit dem Rest der Welt. Für Beobachter ist diese Kachel, Dingsbums da, was man jetzt seit Corona halt machen muss, durchaus ein Segen. Weil ich muss die Leute nicht mehr so physisch gegenüber ertragen, wo sie mich anfassen könnten. Oder hier kann ich einfach den Ausknopf drücken oder auch mal das Mikro ausschalten. Das ist etwas, was im zwischenmenschlichen Miteinander sonst oft nicht geht. Auch wenn die das gerne täten. Ich habe jetzt eine längere Pause geschwind gelassen, weil ich glaube, wir müssen cutten und müssen aus diesen Persönlichkeitstypen zwei Folgen machen. Sonst wird es zu lang. Wir sind jetzt schon bei, bestimmt schon 30 Minuten. Deswegen würde ich jetzt so ein kurzes Auf Wiedersehen machen. Ja, erst mal. Und dann steigen wir in die nächste Folge mit dem nächsten Typen ein. Wäre das okay? Ja. Okay. Herr Töter, voll witzig. Also, wie Sie das so geschildert haben, so schauspielhaft. Ich selber habe mich wieder erkannt und auch verschiedene Leute, die ich kenne, sind vor meinem inneren Auge aufgeploppt. Ja, er beschreibt sie. So sind sie. Und ich finde das so cool, wie Sie das so beschreiben. Und ich glaube, wenn ich Ihr Anliegen verstehe, ist, dass jeder, wie er ist, einfach auch okay, so ist, wie er ist. Er muss sich nur so seiner Wirkung auch manchmal bewusst sein, wie er eben auf andere Typen wirken kann, oder? Genau, seiner Bewirkung, Bewusstsein und dann seine Hausaufgaben machen. Also dann halt tatsächlich lernen, so Überreaktionen zu vermeiden oder wenn Fehler passieren, tatsächlich dann auch zu sagen, hey, sorry, ich strenge mich beim nächsten Mal an, das nicht mehr zu machen. Also diese Form von Selbstreflexion und dann Arbeit an sich selber ist das, was Vertrauen dann bringt. Also dann ist es für andere leichter, mir zu vertrauen, wenn ich das tue. In dem Moment, wo ich das Gegenüber verantwortlich mache für meine Fehler und dann sage, warum ist der so blöd, warum reagiert er so bescheuert, verschlimmere ich das ja. Und das ist das, was im Alltag häufig so trennen wirkt. Ja, ja. Ja, ich glaube, Sie haben sehr gut drüber gesprochen, warum es so wichtig ist, auch ein Gespür für sich selber zu haben, weil oft ist nicht der andere das Problem, sondern weil ich eben auch meine Tücken halt habe. Ja, richtig cool. Ja, wir werden uns in der nächsten Folge noch ein paar Typen anschauen und ich bin schon richtig gespannt drauf. wen Sie uns da als nächstes noch so präsentieren werden. Ich freue mich drauf, Herr Töter. Ciao. Ja, er ist so cool, oder? Wie der Ulf Töter das so schildert und so beschreibt diese unterschiedlichen Typen. Und hast du dich schon erkannt? Vielleicht so wie der Ulf Töter beim wohlmeinenden Helfer? Davon gibt es ja total viel in der Altenpflege. Wenn du dich noch nicht wiedererkannt hast, dann vielleicht in der nächsten Folge, weil da werden wir unter anderem auch wieder einen Typen schildern, der auch sehr oft in helfenden Berufen vorkommt. Von daher, ich wünsche dir eine gute Woche und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.